Mein Name ist Louis Helm. Wie alt bist du? Ich bin 17 Jahre alt. Langsamer. Auf welcher Position spielst du? Ich spiele auf der Innenverteidigerposition. Was waren deine bisherigen Vereine? Meine bisherigen Vereine waren der MFV Moskau. Ich spiele Vereinigung der KLs und der Storbeerweilung. Wer ist dein Vorbild? Mein Vorbild ist Virgil van Dijk. Welche Mannschaft nimmst du bei FIFA? Bei FIFA spiele ich immer mit Leverpool. Was sind deine persönlichen Ziele? Meine persönlichen Ziele sind mich weiterzuentwickeln.